Österreich Die Österreicher haben ein handfestes Identitätsproblem, das fast so groß ist wie unser eigenes. Denn sie sind praktisch Deutsche. Es fehlt wirklich nicht viel. Sie sind es immer gewesen. Jedenfalls bis 1870. Dann wollten sie es 1918 selber werden. Haben es 1938 mit Hilfe ihres Landsmannes Adolf Hitler tatsächlich geschafft? Und erst 1945 entdeckten sie, dass sie Österreicher waren und mit den Deutschen kaum je etwas zu tun gehabt hatten. Solch ein Bewusstsein krankt naturgemäß an Brüchen und Widersprüchen. Schließlich muss man damit leugnen, dass die Habsburger so lange Deutsche, genauer gesagt römische Kaiser waren, dass die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Wien war, wenn man überhaupt von Hauptstadt reden kann. Und dass bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs niemand auf den Gedanken gekommen wäre, in den Österreichern etwas anderes zu sehen als eine besondere Art von Deutschen. Darin unterschieden sie sich aber nicht von anderen Deutschen, weil aufgrund der langen politischen Zersplitterung des Reiches alle eine besondere Art von Deutschen geworden waren. Die Bayern, die Preußen, die Rheinländer, die Schwaben, die Hanseaten etc. Nach 1945 erst kam die Scheidung. Österreich wollte für die Schandtaten nicht in Haftung genommen werden und büßen. Deshalb stilisierte man sich als erstes Opfer der Deutschen, das 1938 im sogenannten Anschluss von einem brutalen Gegner besetzt und vergewaltigt worden war. Diese Selbststilisierung ist zwar historisch falsch, in Wirklichkeit wurde die Besetzung bejubelt und die antisemitischen Ausschreitungen waren in Österreich besonders krass und besonders populär, aber die Selbststilisierung ist verständlich und bedeutet im Grunde, dass man sich geniert. So hat denn auch in Österreich eine Vergangenheitsbewältigung im deutschen Sinne nicht stattgefunden. Nun war Österreich von allen deutschen Ländern das Einzige, das mit seinem imperialen Hof und seiner Hauptstadt Wien so etwas ausgebildet hatte, wie eine gute Gesellschaft mit aristokratisch eingefärbten Manieren. Zugleich hat Österreich im Gegensatz zum Rest Deutschlands die nationale Bewegung während der Befreiungskriege gegen Napoleon nicht mitgemacht und wurde deshalb in seinem Selbstverständnis auch nicht so antifranzösisch. Österreich hatte in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit mangelnder Vergangenheitsbewältigung auch die anti-autoritäre Bewegung nicht mitgemacht, die in Deutschland auf den Nationalsozialismus mit einer Kulturrevolution reagierte. Das Ergebnis ist, dass in Österreich die Manieren zivilisierter geblieben sind. Man ist wesentlich liebenswürdiger als bei uns. Zugleich hat man sich einige Obsessionen und neurotische Fixierungen erspart und das mit einer Anpassung der historischen Erinnerung an die gegenwärtigen Bedürfnisse bezahlt. Kurzum, man ist der Theorie des großen Landsmanns Freud gefolgt und hat kräftig verdrängt mit sehr ermutigenden Ergebnissen. Allerdings konnte man es sich auch leisten. Wenn man wissen wollte, was man verdrängte, brauchte man nur über die Grenze nach Norden zu schauen, um zu sehen, wie der große Bruder von seinen Albträumen in den Wahnsinn getrieben wurde. Für den Umgang mit den Verwandten kann man nur eine Empfehlung geben. Wenn man sich mit ihnen streiten will, soll man sie als Verwandte behandeln. Wenn man gut mit ihnen auskommen möchte, sollte man sie gemäß den Höflichkeitsregeln behandeln, die unter zivilisierten Fremden gelten. Nur eins sollte man nicht tun. Die Österreicher als eine Art komischer Vorstufe zum vollentwickelten Deutschen behandeln, so als ob sie es bei der Evolution zum Vollzeitdeutschen nicht ganz geschafft und auf einer Ötztaler Entwicklungsstufe stehen geblieben wären. Trotz ihres Dialekts sehen sich die wenigsten Österreicher als professionelle Komiker und sie empfinden es als Herablassung, wenn man sie in diesem Licht wahrnimmt.